So, Punkt, Ende. Ignoriere ich auch. Interessiert mich nicht. Hat die Schreiben. Außer wenn es konstruktive Kritik ist, dann nehme ich mir die gern zu Herzen. Gegen konstruktive Kritik ist ja nichts zu sagen. So. Denn ich will auch interessant bleiben für euch. Und deswegen, schreibt mir ruhig, konstruktiv. Und vor allem, man muss doch nicht rumdissen und so. Nee, muss ja nicht. Eisen! Ich sehe Eisen dort. So. Bam. Noch eine Fackel. So. Eisen kommt hier mal mit hier. So. Zwei Blöcke, aber immerhin was. Müssen wir noch ein Stückchen tiefer, dass wir mehr finden. So. Müssen wir ein Stückchen tiefer. Genau. Gleich da ums Eck ist nochmal was. Schön. Tolle Ecke. Gefällt mir. So. Da ist ein bisschen monoton der Gang, ne? Aber ich brauche sowieso Kobbelstern für meine Projekte. So. Ich sehe hier auch mal was aus Stein bauen kann. Über diese Holzbuden. So einsiedler-technisch. Ist ja cool, aber nee. Muss ja auch nicht. So. Bam. Bam. Oh. Ich höre einen Zombie. Toll. Ich höre meinen Fanclub schon wieder. Dann komme ich hier gleich irgendwo durch eine Wand. Oh. Lava. Toll. Boah. Fuck off. Beinahe reingefallen. Da wäre ich aber beinahe reingefallen. So. So. Bam. Bam. Hoffentlich ist die Höhle nicht gar so groß. Zumindest habe ich hier schon mal einen Obsidian-Abbauplatz gefunden. Ist schön. So. Boah. War kurz die Framerate weg. Ist ja voll kacke grad. Und ich sehe dort Redstone in der Wand und da ein Zombie. Ein Zombie. Ein Zombie muss es doch zu hell hier sein. Ja. Ist klar. Ne. Komm Zombie. Du kriegst mal fett aufs Maul hier. Ach. Ich habe doch noch ein kaputtes Schwert. Da. Bam. Kann ich wieder nicht tauschen hier. Da. Geht zugrunde. Blöder Zombie. Zombie. So. Bam. Fackel hin. Das hier nicht gleich wieder was spawned. So. Bam. 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 Na komm du Zombie. Bam. 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 Ja. Natürlich. Verarsch mich. Genau. Verarsch mich hier. Drecksvieh. Natürlich finde ich immer gleich. Gleiche Dings und so. Greeper. So. Hier nochmal eine Fackel hin. So. Eisen. 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 Aus der Wand. Neuun. Neuun. Noch. Das gute Eisen. Einfach in die scheiß Lava gefallen. So. Bam. So. Jetzt fackeln wir halt hier mal wieder aus. Gut. So. Bam. Ja. Verarsch mich. Verpiss dich. Fuck off. Ich drehe hier am Rad. Redstone. Redstone. Red. Red. Redstone. So. Bam. Gut. Machen wir ein bisschen hier die Lava zu. Verflucht. Ich bin zu dumm. So. Ich will, dass nicht hier was reinfällt. So. Ich höre schon wieder Schritte. Oder leide ich unter Verfolgungswahn. So. Jetzt erstmal die Kohle hier aus der Wand. Ne. Eine Fackel brauche ich hier noch. So. Nicht, dass es hier zu dunkel wird. Bam. Gut. Gut. So. Auf welcher Tiefe bin ich hier eigentlich jetzt? F3, oder? Äh. Hm. Scheiße, ne? Müssen wir uns hier auch auskennen. Ach komm, scheiß drauf. Ist ja eh wusst, wie tief das ich bin. Nein, nicht auf dem Block stehen, wenn Lava in der Nähe ist. Unkluge Idee. Sehr unklug. So. So, jetzt hole ich das Eisen da drüben noch. Dann ist die, die Spitzsacke auch mal flöten. Ach, bin ich blöd? Hier habe ich das Eisen schon rausgeholt. Da vorn war es. Äh, nicht laufen. So. Das gute Eisen, ne? Oh, will ich nicht drauf scheißen. So. Jetzt gerade ich mir hier den, den, ups, Doppelklick gemacht mit meiner Taste hier. So, bam. Redstone hier rauskloppen dauert auch immer ewig. Dann können wir uns mal ein paar elektrische Schaltungen hier machen. So. Ist das klug, wenn ich den hier rausreiß? Ich glaube, ich stelle mich mal hier so hin. Das ist, glaube ich, intelligenter. Fehlt mir nicht so viel. Nämlich schon meinen Ton auf, ja. Nicht, dass ich hier Quatsch für umsonst. Ich... Keine Ahnung. Ich vergesse immer Sachen zu checken am Anfang. Bevor das ich aufnehme. So. Ein Koppel. Weg nochmal. Redstone. Bam. So, da ist Redstone auch mal am Ende. Und da gehe ich mal lieber... Nö, noch nicht. Da habe ich ja noch was gesehen. Bäh. Ich höre Wasser. So. Lapis. Cool. Ja, da, da. Beschwingte Musik. So, ich schwinge mein Ding Musik. So. Das ist gerade eine Ecke, die mir mal gut gefällt. Weil die Höhle zu Ende ist. Da baue ich mit Freude und Leidenschaft ab. Jetzt gehe ich dann lieber mal ein bisschen hoch und... Leg mal ein bisschen das Zeug ab, was ich gut gefunden habe. So, Lapis. Du kommst... Hier raus. Lapis, du die Wursthaut. So. Da kann man auch mal was Blaues machen. So. Ach, machen wir hier mit Koppel zu. So, bam. Bam, bam. Bam. Die Spitzhacke wieder gezückt. Ach nee, lieber das Schwert. So, nicht, dass ich hier was übersehe. Immer schön gründlich gucken. Oh mein Gott, ich habe ein Wassereinbruch. Da hin versetzt. Ja, treffe ich jetzt endlich mal. Endlich. Ich werde hier rumgespült. So, da wird es auch schon wieder heller. So, da ruckelt es schon wieder. Oder ich komme irgendwie schon wieder auf Flächen, wo ich nichts mit der Maus hantieren kann. So. Ach, leck mich am Arsch. Natürlich ist Obsidian vorkommen. Und da hängt noch Lapis in der Wand. Lapis, die alte Sau. So. Kohle, 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 Kohle. So, komm her hier. Dann sind wir mal mit Kohle wieder hübsch eingedeckt. Und das finde ich cool. So, aber Eisen fehlt mir noch. Ich brauche Eisen, Jungs. Eisen. Ach ja, auch Mädels. Ist ja klar, ne? Gibt ja auch genug Frauen, die Minecraft spielen. Honeyball mit eingeschlossen. Und ja. Und ich finde es cool, dass Honeyball echt geile Texture-Packs macht und so. Sich wirklich reinhängt und ist auch geil, was sie da fabriziert und so. Und sonst habe ich sie nicht abonniert, die Frau. Ne? So, Bäm. So viel Kohle hier. So, Bäm. Das freut mich. Yesi. Da ist noch ein Kohleblock. Komm her, hier. So. Da fackel ich nochmal rein. So, ein Fackel. So. Kurz in seinem Metall gelinst. So. Boah, haben wir wie Kohle gemacht. Ich höre hier schon wieder was laufen. So. So. Hinter dem Gravel geht es irgendwie schon wieder weiter. Da ist noch Redstone drüben. Aber da, keine Ahnung. Scheiß ich mal. Bevor das hier in die Lava falle jetzt. Ich könnte mir hier gerade mal den Weg so. Mich vergewissern, dass alles safe ist. Wieso schreibt mich hier die Musik schon wieder an? Musiken sind so unterschiedlich laut. Die muss ich mal auf einen Pegel bringen. So. Aber das sage ich schon öfters. Aber dazu kommen werde ich wieder nicht. Und da komme ich nie zu. So. Bäm. Redstone, du kommst auch mit. So. Bäm. Jetzt gehe ich mal hoch und mache mir oben eine Kiste. Hier müsste ich auch noch. Hier baue ich noch schön auf. Hier. Ach ja, da ist Eisen in der Wand. Bieso nehme ich das nicht mit? Bin ich bekloppt? Da ist noch mehr. So. Eisen. 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 Ja. Gut. Äh. Perfekt. Gefällt mir. Da kommen wir wieder auf ein bisschen Eisen. Wie viel haben wir denn? 26 Stück. Ja. Kann sich sehen lassen. So. Bäm. 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 Und dann gehen wir noch tiefer in den Untergrund. Bäm. Da sind wir zwar schon auf einer schönen Ebene unten. Aber je tiefer desto besser. So. Bäm. 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 Dann mache ich hier mal noch eine Kiste. Und so 1, 2, 3, 4, 5.